Wie kann man lernen, sich zu Familienmitgliedern emotional zu befreien, wenn ich selber die Einzige bin, die Interesse an dem Anderen zeigt, aber wie es bei mir aussieht, fragt niemand. Hier würde ich einmal ganz kurz den Impuls mit einwerfen, dass wir häufig beim Loslassen mit dem Loslassen arbeiten. Aber Loslassen funktioniert meistens nicht, wenn wir irgendwo dran hängen und wissen noch nicht mal, wohin, wie tief wir stürzen, wenn wir losließen. Loslassen kommt nicht durch Loslassen, sondern durch Neugreifen. Distanz kommt nicht durch Distanz, sondern Nähe zu Neuem. Ganz wichtiger Punkt. Und deshalb ist das Distanzieren von auch Familienmitgliedern, Familie sucht man sich immer noch selber aus. Gegen die Herkunftsfamilie kann man nicht viel ausrichten aus der Vergangenheit, aber Familie sucht man sich selber aus. Es geht also vielleicht schon los mit einer Definition, dass man hingeht und sagt, mein Partner, mein Kind, meine Tiere sind meine Familie. Mein Vater, meine Mutter, meine Stiefmutter, meine Geschwister, meine Stiefgeschwister sind meine Herkunftsfamilie. So, dass man erstmal mit einer entsprechenden Betitelung anfängt. Und dann gilt eben auch nicht Loslassen, sondern Neugreifen. Und dann gilt vielleicht auch, es sollte im Leben weniger um Konfrontation gehen. Nein, es sollte im Leben mehr um Gewöhnungen gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns dann häufig einer Aufgabe so gegenüber direkt hinstürzen. Und wir sagen, da muss doch jetzt was veränderbar sein. Wir dann aber eher in das Problem kommen, dass wir da nicht wirklich in diesem Prozess mal eben so Leute abschreiben können. Das machen wir sowieso nicht. Und insofern, wir suchen oft nach den richtigen Argumenten, die uns dann auch das schlechte Gewissen irgendwo ersparen, dass man sagt, so, ja, guck mal hier, und das ist doch für mich die Grundlage, dass ich mich jetzt von dem XY distanziere. Wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Und ich würde euch tatsächlich auch nicht unbedingt nicht empfehlen, nach den richtigen Argumenten zu suchen. Und ihr müsst nur bedenken, dass ihr euch nicht mit den richtigen Argumenten überzeugt, Thema Aufmerksamkeit von eben, nicht die richtigen Argumente bieten die Grundlage, sondern die passenden Argumente oft genug trainiert. Wir glauben, was wir am häufigsten gehört haben, wir denken, was wir am häufigsten gedacht haben, unser Kopf macht, was er gesagt bekommt, und du musst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst.